Sehr geehrter Herr Schwarz, Briefe und Mails schreiben, Übungen mit Skalertrose. Mehr Übungstexte findest du auf www.german-deutsch.com. Sehr geehrter Herr Schwarz, ich habe Ihre Wohnungsanzeige in der gestrigen Ausgabe des Stadtplatz entdeckt. Da ich vor drei Tagen ein sehr gutes Jobangebot bekommen habe und wir deshalb jetzt eine Wohnung in Berlin-Umgebung suchen, bin ich an Ihrer Wohnung sehr interessiert. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn im Alter von vier Jahren und denke, dass die von Ihnen inserierte Dreizimmerwohnung mit Terrasse genau das richtige Objekt für uns sein könnte. Bevor wir die Wohnung besichtigen würden, möchte ich Sie aber noch um die Beantwortung folgender Fragen bitten. Gibt es vor dem Haus ausreichend Parkmöglichkeiten? Verfügt die Wohnung über einen Abstellraum oder ein geräumiges Kellerabteil? Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass Sie mich unter der Nummer 017x 253451x anrufen oder mich per E-Mail kontaktieren? Dann können wir gegebenenfalls gleich einen Termin ausmachen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen Skalertrose. Wiederholung. Lies bitte das Inserat noch einmal vor. Sehr geehrter Herr Schwarz, ich habe Ihre Wohnungsanzeige in der gestrigen Ausgabe des Stadtplatzes entdeckt. Da ich vor drei Tagen ein sehr gutes Jobangebot bekommen habe und wir deshalb jetzt eine Wohnung in Berlin-Umgebung suchen, bin ich an Ihrer Wohnung sehr interessiert. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn im Alter von vier Jahren und denke, dass die von Ihnen inserierte Dreizimmerwohnung mit Terrasse genau das richtige Objekt für uns sein könnte. Bevor wir die Wohnung besichtigen würden, möchte ich Sie aber noch um die Beantwortung folgender Fragen bitten. Gibt es vor dem Haus ausreichend Parkmöglichkeiten? Verfügt die Wohnung über einen Abstellraum oder ein geräumiges Kellerabteil? Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass Sie mich unter der Nummer 017x 253451x anrufen oder mich per E-Mail kontaktieren, dann können wir gegebenenfalls gleich einen Termin ausmachen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen Skalertrose. Vereinbarst du mit Frau Rose einen Besichtigungstermin? Ja. Ich denke, dass ich Frau Rose am Nachmittag per Mail antworten werde. Aber zuerst werde ich mal eine Kleinigkeit essen.